Herzlich willkommen beim nettesten Meinungslogger der Welt und heute geht es mal wieder um den Bachelor und ein neues Update. Der Junge hat nicht mehr alle Tassen im Schrank und wer das auch so sieht, kann das ganz gerne mal unten reinschreiben. Also ich bin wirklich fassungslos, wie der Typ mit den Frauen dort umgeht. Er hat wirklich alles getoppt, obwohl er eigentlich die Staffel eigentlich relativ vernünftig angefangen hat. Hat er sich nochmal so verändert, wo ich sage, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass das auch die Frauen sogar mitmachen. Aber nun gut, ich fange nochmal von vorne an. Vielleicht haben einige meinen Podcast von gestern nicht gesehen, beziehungsweise sind gar nicht im Bilde, was ich jetzt überhaupt sagen will, weil sie das Finale auch noch nicht gesehen haben. Das Finale wird ja auch erst am Mittwoch ausgestrahlt und dann kommt es ja auch noch zum großen Wiedersehen. Und es ist auf jeden Fall heftig, was jetzt auf euch zukommt. Haltet euch fest. Also, Spoiler-Warnung, ich fange an. Das Finale sieht so aus, wer das noch nicht gesehen hat, dass ja eigentlich Steffi und auch Mimi im Finale waren. Und er hadert dann mit sich und sagt, ach, er hat ja mit dem Kopf entschieden und nicht mit dem Herzen. Und das kann er doch der Michel auch nicht antun. Der vermisst sie ja jetzt schon und die ist ja gerade erst eine Minute weg. Und das ist ja so schrecklich für ihn. Also das hätte er sich ja vorher mal überlegen können. Aber nun gut, er hat Steffi somit auch die Chance suggeriert, dass sie wohl gute Chancen hat, wenn er sie ins Finale weiterkommen lässt und hat ihr somit Hoffnung gemacht. Er rief dann allerdings Michel an und sie weinte sogar und hat auch gesagt, Mensch, ja, ich freue mich riesig, wenn ich wieder zurückkommen darf. Und sie wusste aber wiederum nicht, dass das dann gleichbedeutend mit dem Ausscheiden von Steffi einhergeht. Und Steffi wusste noch nicht von ihrem Glück. Sie hat dann in einem Hotelzimmer recht ungaland und unscharmant gesagt bekommen, dass das nicht gereicht hat. Und er sich dann für Michel entschieden hat und sie somit raus ist. Also ekelhafter konnte man irgendwie eine Frau in so einer Fernsehsendung nicht abservieren. Und das will schon was heißen, weil am Ende kann ja nur eine gewinnen. Trotzdem hat er es geschafft, das irgendwie sehr unscharmant und auch eklig rüberzubringen. Vorzubringen und auch nicht die richtigen Worte zu finden. Und das ist irgendwie auch, ja, unterste Kaste gewesen. Steffi war somit abserviert. Schimel. Michel kam wieder zurück. Und dann kam es zum Finale. Es gab dann zwei Dates. Die beiden Dates sowohl mit Mimi als auch mit Michel liefen harmonisch ab. Mehr oder weniger. Man kam sich näher. Sie hatten einen netten Tag miteinander. Sie haben auch miteinander dann übernachtet. Was auch immer das heißt, ja, ob die dann noch miteinander geschlafen haben, weiß ich nicht. Aber nun gut. Dann sah es ja dann eigentlich danach aus. Ja, auch für Mimi war das natürlich nicht so ähnlich fair, dass die eigentlich auch gar nicht richtig wusste, dass jetzt die Michel wieder zurück ist. Das hat sie dann auch so nebenher gesagt bekommen. Aber nun gut. War natürlich auch dementsprechend begeistert, in Anführungsstrichen, weil sie dann auch dachte, okay, das könnte natürlich dann auch mein Aus bedeuten. Weil Michel dann vielleicht ja mit ihr auch von Anfang an sowieso die Favoritin war. Gesagt, getan. Dann dachte man eigentlich, okay, dann wird ja wohl Michel gewinnen, wenn er die extra wieder zurückholt. Nein, der hat sie dann nochmal vor einem Millionenpublikum dann am Mittwoch, also wird er dann und auch vor Hunderttausenden wahrscheinlich bei RTL Now, nochmal gedemütigt, indem er dann sich für Mimi entschieden hat. Ja, das wäre in Ordnung gewesen, wäre nicht die ganze Vorgeschichte gewesen, ja. Am Ende kann ja nur je eine Frau gewinnen, aber er hat sich dann im Mimi verliebt gehabt und das ist ja seine Mimi und bla 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 und dann war das ja zum Ende sogar noch halbwegs niedlich zwischen den beiden. Aber mir tat auf jeden Fall die Michel dann ziemlich leid und ja, das ist jetzt erstmal das Finale, kurz erklärt. Jetzt kommen wir zum absoluten Knaller. Ja, es kommt ja auch zu einer weiteren Wiedersehenssendung, wo dann nochmal über alles gesprochen wird und Mimi sieht dort dementsprechend angepisst aus. Da hat auch schon Alisa Jo und auch Onion Dog ein Video zu gemacht und wir hatten ja auch alle schon gemutmaßt, dass Michel gewinnen wird, beziehungsweise war das für uns klar, weil die ja schon gesehen wurden. Aber wir hatten natürlich nicht mit so einem Finale gerechnet, also es sah dann nochmal komplett anders aus. Und entweder hat RTL dort eine Show hingelegt, die haben gesagt, Mensch, ihr müsst das jetzt so machen, dass Mimi die Siegerin ist. Es wurde schon geleakt, ihr habt euch nicht an die Regeln gehalten, ihr wurdet gesehen und wir wollen eine Überraschung im Finale haben. Und ich vermute da fast schon eine Verschwörung hinter, aber sonst kann ich das von ihm überhaupt nicht verstehen, weil dann ist der absolut vollkommen bescheuert, der Mann, dass er nochmal Michel demütigt. Dann wiederum Mimi die Liebe schwört dann mehr oder weniger und die dann wiederum, die ja nun auch Gefühle hat, auch wenn sie vielleicht als herrisch und vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig wahrgenommen wird, ist ja trotzdem auch ein Mensch. Und die wurde dann auf ekligste Art und Weise abserviert, also heftig, denn nach den Informationen der Bild sieht es jetzt so aus, dass Mimi abserviert wurde und er jetzt wiederum mit Michel zusammen ist. Also wir werden es erfahren, was jetzt bei der ganzen Geschichte, auch beim großen Wiedersehen auf uns zukommt, aber ich bin wirklich fassungslos und habe es euch jetzt mal versucht, halbwegs sachlich rüberzubringen. Aber ich muss wirklich sagen, das ist das unterste Kaste. Man kann in der Liebe Fehler machen, man kann sich auch mal blöd benehmen, man kann auch mal sich streiten. Aber ich finde, man sollte immer auch ein Gentleman sein, ein Ritter und auch heutzutage, auch wenn die Frau vielleicht mal blöd ist oder man selber einen Fehler macht, sollte man sich dafür entschuldigen, dafür gerade stehen und gut. Er hat sich weder bei Steffi ordnungsgemäß entschuldigt, also ich fand das sehr halbherzig, wenn ihr das Finale noch nicht gesehen habt, wenn ihr das gesehen habt, könnt ihr gerne mal eure Meinungen reinschreiben. Ich fand das der Michel absolut abartig, die zweimal, also dann nochmal ein zweites Mal zu demütigen, also die erst rauszuwerfen, okay, dann aber wiederzuholen und dann nochmal im Finale zu demütigen, was glaube ich so mit das Bitterste ist, wenn man sich wirklich geöffnet hat für eine Person, dann halt kurz vor Ende dann gesagt zu bekommen, du, das hat doch nicht gereicht. Und das dann auch vor Millionenpublikum am Mittwoch und dann der Frau wieder zu schreiben oder Kontakt aufzunehmen und dann mit der zusammenzukommen und der, dem man eigentlich die Liebe geschworen hat oder gesagt hat, immer hat sich verliebt in die, die auch eklig abzuservieren, denn das ist ja auch nicht cool, denn die hat ja auch Gefühle. Und wie gesagt, das sind alleine drei Frauen, wo ich sage, der ging absolut zu weit. Auch die Aktion hatte ich ja auch in meinem Podcast drin, da gehe ich nochmal genauer drauf ein, also wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr den auch nochmal euch anschauen. Wie er mit Hannah umgegangen ist, fand ich auch scheiße, denn er hat von sich aus nochmal den Körperkontakt besucht und sie am gleichen Abend dann, oder quasi an der gleichen Sendung nochmal rausgeworfen und das muss dann auch nicht sein. Also wenn man merkt, okay, das ist jetzt eher eine Freundin, ja, eine Kumpeline, ja, dann muss man nicht der noch Hoffnung machen und mit der rummachen, wenn man weiß, okay, die hat Interesse, das macht man nicht, ja, also ist vielleicht manchmal auch nicht so einfach, ja, man ist manchmal auch nur ein Mann und sagt, Mensch, die sieht ja auch ganz nett aus, aber wenn man halt nicht die Gefühle hat, dann muss man halt mal, ja, die Füße still halten und, ja, die Hose muss anbleiben, sagen wir mal so, ja. Ja, gut, so weit ist es bei denen ja nicht gegangen, aber trotzdem war es halt trotzdem, ja, daneben. Mir fehlen die Worte, ihr merkt schon, ich drucke es hier auch ein bisschen rum, also ich bin wirklich nach dieser Nachricht sehr geschockt, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten und wollte für euch dann halt dieses Video hier noch zwischendurch bringen. Außerhalb meiner regelmäßigen Uploads gibt es heute nochmal diesen Double Upload. Ihr könnt gerne ein Abo da lassen, wenn euch die tägliche Dosis Trash gefällt, morgen geht es dann gleich weiter und wir sehen uns dann auch am Sonntag um 18 Uhr im Live-Talk hoffentlich wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet und da werden wir bestimmt auch über den Bachelor noch ein wenig plaudern. Ansonsten sehen wir uns die Tage dann wieder in Videoform. Bis bald und ciao, ciao.